Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Krümel Baut. Heute gibt es zum Abschluss der Baustellenwochen, man hat Abschluss nicht, es kommt ja noch ein Review-Video, aber zumindest das letzte Modell aus den Baustellenwochen von Tigaole aus der Technology-Reihe, den T4006 Kipplaster oder Kipper oder Muldenkipper, ja, er hat jetzt keinen direkten Namen, ich kann kein Chinesisch, von daher, ihr seht, es ist ein Kipplaster. Besteht aus 2531 Teilen und ist angegeben mit 6+. Das 6+, ist immer ein bisschen fragwürdig, ich denke mal eher 8+, allein schon durch die hohe Teilezahl, wobei, der ist in 8 Bauabschnitte unterteilt, dementsprechend klein sind die Portionen, das ist ganz angenehm eigentlich auch für Jüngere zu bauen, oder wenn man halt nicht so viel Zeit hat, denn, ich sage mal, ein so ein Bauschritt höchstens eine Stunde oder so ist man durch und hat keine Teile mehr rumliegen, finde ich eigentlich immer recht angenehm. Ja, die Bauschritte nochmal alles in großen Sippbeuteln, haben wir also 8 Stück plus 3 extra für einmal die Reifen, dann die Power Functions und zuletzt die ganzen Pins, also Dreierpins, Zweierpins und Achspins. Leider sind die Dreierpins und Achspins blau, ihr seht es, oder auch hier am Modell direkt, macht es dann halt nicht immer ganz so schön. Ja, unter Power Functions heißt, da ist ein XL-Motor verbaut für den Antrieb, ein Servomotor für die Lenkung und ein M-Motor, um die Mulde zu kippen. Ansonsten, Anleitung ist recht klassisch, ziemlich dick für die Teile, aber, Entschuldigung, es ist nichts ausgegraut, sondern es werden immer die neuen Teile angegeben und mit Pfeilen gekennzeichnet, was wohin muss. Und, ja, hier seht ihr nochmal eine Übersicht, die 8 Beutel und dann, ach genau, kann ich gleich noch sagen, es ist ein großer Aufkleberbogen dabei, unter anderem, was auf die Motoren drauf soll, damit man weiß, welcher Motor wohin soll und jede Menge Dekoaufkleber. Ich habe es jetzt nicht angebracht, denn das Ganze wird wahrscheinlich in den Verkauf gehen. Ja, ansonsten, wie gesagt, Anleitung, komme ich später aber beim Aufbau und den einzelnen Schritten auch nochmal zu sprechen. Hier sind immer mal große Aufkleber dran, wo sie was geändert haben, aber wird dann halt im Detail in den Bauschritten nochmal. Genauer unter die Lupe genommen. Ja, soviel also jetzt erstmal, worum es geht und dann fange ich jetzt mit Bauschritt 1 an. Bis gleich. Ja, und da liegt dann der erste Bauabschnitt, ist die Vorderachse oder der Unterbau zur Fahrerkabine. Fängt an mit dem Servomotor, an den kommen Pins und Heiterungen dran und dann baut man um den drumherum gleich die Vorderachse mit Lenkung. Und ihr seht auch gleich, leider keine Federung verbaut. Schon mal schade, dass man gerade bei einem LKW, wenn der ein bisschen federt, das wäre schon ganz nett gewesen. Ansonsten, ja, der Servo wird von hinten angesteuert oder verbunden. Hier vorne ist zwar auch noch mal eine Achse, aber die ist hier nicht verbunden. Die scheint später für was anderes zu sein. Passt da halt wieder darauf auf, dass das Zahnrad richtig steht. Nicht, dass ihr dann am Ende einen Lenkeinschlag habt und der nicht mehr gerade fahren kann, weil, ja, ist immer schwer, dann nachträglich nochmal zu ändern. Und um den Servo drumherum wird das Ganze dann immer weiter ausgebaut. Erst hier ein Technikrahmen nochmal drumherum mit der Achse. Dann kommen hier gewinkelte Liftarme drum. Und so wird das dann immer Stück für Stück größer und das sind viele kleine Stücke. Ist nicht jedermanns Sache. Manche mögen das nicht, wenn man immer so klein dran, klein dran, klein dran. Aber besser als beim Radlader, da habe ich ja an einer Stelle ziemlich geflucht, weil man was Wackeliges, Großes anbringen musste und man am liebsten mehr Hände hätte. Das kommt hier nicht vor. Das lässt sich an sich schön bauen. Teilequalität ist okay. Pins halten, rutschen gut rein. Nicht zu fest, nicht zu locker. Finde ich wirklich bei TGL so ziemlich mit am Optimum. Und sie haben immer noch optimalen Halt. Also da gibt es überhaupt nichts zu meckern in meinen Augen. Was aber komisch ist manchmal bei den Achsen. Also die Achsen halten und sie gehen auch gut rein. Aber wenn man hier zum Beispiel so einen Achsstopper hat, das ist, als ob der erstmal einmal so einen kleinen Widerstand hat. Der muss erstmal einmal durchgestochen werden und danach ist es dann super. Also das hält, das rutscht nicht einfach ab. Nur beim ersten Mal. Das gleiche auch hier bei diesen Lift-Armen, die am Ende eine Achsaufnahme haben. Da ist es auch immer mal erstmal ein bisschen schwer, bis es einmal knack macht. Und dann geht es gut. Das wäre jetzt so das Einzige, was man kritisieren könnte. Ansonsten, ich hatte einen Fehlteil drin. Man braucht nämlich, hier haben wir es. Entschuldigung. Insgesamt achtmal diese halben Lift-Arme mit sechs Löchern. Ich hatte aber nur sieben davon und einen nicht mit sechs, sondern mit sieben Löchern. Der kommt hier nicht vor. Ich habe geguckt, also ich habe es nicht gefunden. Ich habe es fünfmal durchgeguckt. Vielleicht war ich auch fünfmal blind. Ihr habt den jetzt trotzdem reingenommen. Dafür hängt hier, so haben wir einen guten Kontrast hier oben, da ist der eine zu lang. Ich hoffe, dass es am Ende nicht stört. Aber ich wollte das jetzt einfach mal gucken, ob man es komplett durchbauen kann, ohne dass ich aus meiner Kiste irgendwas nehmen muss. Das ist von den Teilen her, also ein Fehlteil war drin. Ansonsten ist es wieder bis auf eine Siemerachse nichts übrig geblieben. Also alles ist verbaut. Ich habe auch nochmal geguckt, weil ich bin jetzt mittlerweile an Tigaulé gewöhnt, dass da halt nichts übrig bleibt. Und wenn dann so ein markantes Teil wie eine Siemerachse übrig bleibt, habe ich nochmal alles durchgeguckt. Aber es sind alle verbaut. Die scheinen wirklich zusätzlich drin zu sein. Aber einen Fehler in der Anleitung hatte ich noch gefunden. Und zwar, blättere ich mal um. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist oder ein Anzeigefehler oder so. Man baut hier oben einen 15er Liftarm. Da kommt ein Pin von der Seite dran und das kommt von hinten dran. Und dann seht ihr hier, der untere Pin ist der. Und das ist der, der im 15er Liftarm ist. Und dann wird das Ganze hier dran gesteckt. Und hier seht ihr schon, da fehlt der Pin. Der fehlt dann auch da und auf jeglichen anderen Bild. Bei mir sieht das dementsprechend ein bisschen komisch aus, weil ich habe hier einen Pin, der keinen Nutzen hat. Auf der Seite und auf der Seite. Ich weiß nicht, ob man den später nochmal braucht. Ob sie es sich vielleicht anders überlegt haben und irgendwas umgestellt haben und vergessen haben, eine Anleitung, den Pin rauszunehmen. Ich lasse ihn jetzt erstmal da und beobachte das mal, ob es vielleicht später doch irgendwann mal noch einen Nutzen hat. Ja, ansonsten, das mit dem Kabel ist jetzt noch ein bisschen unnützig. Ich weiß nicht, wo ich es langlegen soll, ob ich es hier mittig reinlegen soll. Und ich glaube, die Akkubox kommt hier unter das Fahrerhaus. Von daher ist genug Strippe da. Müssen wir mal gucken, ob man das vielleicht hätte mittig reinlegen sollen oder ob es vollkommen egal ist. Ja, gut. Soviel also zu Schritt 1. Und ich baue dann jetzt mal weiter. Ja, hier ist jetzt Abschnitt 2 fertig. Und es ging dann vorne an der Kabine weiter. Drei Teile. Einmal die Lampen. Eins, zwei werden am Stück gebaut. So von unten nach oben. Hier diese gerundeten Teile. Werden halt übereinander gesteckt. Dann kommen die ersten Lampen. Nochmal so ein Teil. Nächsten Lampen, die auf zwei Noppen hängen. Oben nochmal ein Abschluss. Und dann wird das Ganze hier auf... Wo ist es? Da. Ein Pin erstmal nur drauf gesteckt. Aber hat erstmal Halt. Also von daher, es fällt jetzt nicht ab. Das Ganze natürlich auf der anderen Seite. Dann baut man den Mittelteil. Der wird erstmal auch nur auf einem Pin hier drauf gemacht. Ist eigentlich ganz simpel. Liftarme, Liftarme. Zwischendurch so ein kleiner Bogen mit Achsen verbunden. Passt. Ja. Wird drauf gesteckt. Und dann kommt hier nochmal eine Stabilisierung rein. Eine lange Achse mit dem Achsstopper. Dort und dort auf beiden Seiten. Und dann ist das Ganze ziemlich stabil. Danach geht es an die Kotflügel. Auch wieder simple Konstruktion. Einfach nur Liftarme ineinander. Zwei Reihen verbunden. Dass man das Ganze hier hat. Wird auch nur auf zwei Pins drauf gesteckt und fertig ist. Aber eine Sache hier ist ein Dreier Liftarm. Der hängt nur auf einem Pin. Und den muss man hier dazwischen drücken. Also der ist eigentlich einen Tick zu lang. Das heißt, das kann immer mal rüber rutschen. Ist jetzt nicht die schönste Konstruktion. Aber so ist es in der Bauanleitung geplant. Ja. Hier. Ja. Dann ist die Front eigentlich fertig. Es geht an die hinteren Teile. Ja. Ganz simpel. Zwei Differenziale verbaut. Technikrahmen. Groß. Technikrahmen klein. Zwischendurch nochmal Distanzstücken. Differenziale rein. Passt da auf, dass er sie versetzt rein dreht. Sonst drehen sich die Achsen gegenläufig. Quasi. Ihr müsst die drehen. Welches ist eigentlich egal. Aber sie müssen halt gedreht sein. Eins unten. Eins oben. Wird verbunden mit Zahnrädern. Läuft ganz flüssig. Also das greift alles. Kein Problem. Wird dann mit Liftarm seitlich verbunden. Die Achsaufnahmen kommen dran. Und dann wird das Ganze über eine lange Achse mit dem vorderen Teil verbunden. Deswegen auch hier das Zahnrad. Ich denke mal, dass hier dann der Motor dran kommt. Und dass hier irgendwie umgelegt wird, dass die Kraft vom Motor auf das Zahnrad geht. Und damit dann die hinteren Achsen antreibt. Ja. Eine Verbindung erstmal auf einer Seite mit dem langen Liftarm. Und das war der zweite Bauabschnitt. War relativ kurz. Generell. Okay. Der erste war einen Tick länger oder größer als der zweite. Aber dadurch, dass es ja viele Bauabschnitte sind, ist es schön portioniert. Kann man halt immer mal, wenn man ein bisschen Zeit hat, sagt, okay, heute eine Stunde hole ich mir eine Tüte raus. Passt. Das lässt sich so an sich gut bauen. Diesmal keine Fehlteile. Es ist aber auch wieder gar nichts übrig geblieben. Also wirklich aufs Teil genau hat es gepasst. Wenn es so läuft, ist es in Ordnung. Ist es dann halt immer nur schade, wenn ein Teil wie hier vorne falsch ist. Ja. Mal gucken. Gut. Soviel also zu Bauabschnitt 2. Und ich baue jetzt weiter. Ja. Nächster Abschnitt fertig. Und das ist jetzt also der dritte größtenteils Versteifung. Anfangen tut man zwar. Machen wir mal die Fahrzeuge zur Seite. Motor einbauen. Wie ich gesagt hatte, hier wird dann die Kraft umgelegt, dass der XL-Motor hier auf das kleine Zahnrad, große Zahnrad. Von da aus unten auf die Welle und dann geht es nach hinten zu den Achsen. Daneben kommt dann auch schon gleich der Kabel wieder weg. So, damit man es besser sieht. Der M-Motor, um die Ladefläche anzukippen. Hier bei dem Anschlussteil ist eine Anleitung großflächig überklebt. Da haben sie anscheinend irgendwas geändert. Geht, glaube ich, um das Zahnrad hier. Laut Anleitung ist hier so ein Großes drin, wie an den Aktuatoren. Es ist jetzt ein kleines. An sich alles ganz in Ordnung. Aber das Problem ist, die geänderten Bilder, alles gut lesbar. Aber danach, in den Folgeschritten, sieht man immer noch, wie es vorher war, bevor sie es geändert haben. Also lasst euch da nicht verwirren, wenn ihr da jetzt ein kleines Zahnrad eingebaut habt und später immer ein großes seht. Da haben sie halt die Änderung nicht übernommen. Gleiche auch hier an den Aktuatoren. Hier waren eigentlich nur Pins drin. Jetzt sind Achspins drin. Man sieht dann halt auch später immer die normalen Pins, die drin waren, obwohl jetzt Achspins drin sind. Ja, die Aktuatoren werden einfach klassisch zusammengebaut, reingelegt und dann später, also quasi als folgendes, was ich jetzt erzähle, befestigt. Denn jetzt geht es eigentlich erstmal eine ganze Weile nur um Verstrebungen. Ihr seht hier, überall sind Liftarme dazugekommen. Hier die Winkel, die das Ganze alles wirklich miteinander verstreben und stabilisieren. Und jetzt ist das Ding auch wirklich stabil. Das ist zwischendurch sehr wackelig gewesen. Hier auch auf der gleichen Seite überall Winkel. Hier nochmal mit Achsen verbunden. Die Liftarme, die eine Achsaufnahme haben, ist eine Achse durchgesteckt, dass das Ganze hält. Bis nach hinten durchgezogen. Also wirklich jede Menge Versteifungen gebaut. Und ganz zum Schluss kommt dann nochmal ein bisschen Deko. Einmal hier auf der Seite der Auspuff. Und auf der Seite hier, ich weiß nicht, ob es der Tank sein soll. Da muss ich aber sagen, doch, man sieht es ziemlich gut. Der L-Liftarm hier hat ein dunkleres Grau. Die anderen passen von der Farbe her alles gut zueinander. Der eine sticht raus. Der ist dunkler. Und ähnliches auch hier. Die großen haben alle die gleiche Farbe, aber bei den kleinen Plates, die werden dann auch leicht dunkler. Ich denke mal, das erkennt ihr auch hier im Bild gut. Also farblich im Grau haben sie es nicht ganz hingekriegt. Gucken wir dann mal hoffentlich, dass das Gelb am Ende gut passt. Ja, also wie gesagt, Bauabschnitt 3, größtenteils Versteifungen plus Motor und Aktuatoren. Die funktionieren, laufen auch flüssig. Also da mache ich mir dann keine Sorgen. Was ich aber sagen muss, hier ist ein 3er-Achspin, der nicht komplett durch sollte. Da hätten sie ruhig mal noch so einen Abstandshalter drüber setzen können. Ah, wobei, nee, dann hätte es wahrscheinlich am Zahnrad. Ja, okay, das ist das Problem, sehe ich gerade jetzt erst. Da ist ein Zahnrad drunter, dann würde es wahrscheinlich. Das ist halt das Doofe, wenn man das so macht und es dran drückt, kann es immer sein, dass das hier zu weit reinrutscht. Da muss man nochmal aufpassen, dass es dann richtig sitzt. Ja, hätte man vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, ob man es anders hätte lösen können. Naja, es ist halt, es sieht halt immer doof aus, wenn das so gemacht wird. Ja, gut, das also zu Bauabschnitt 3 und ich melde mich gleich mit der 4 wieder. Ja, da bin ich wieder. Bauschritt 4 geht am Heck eigentlich weiter. Gucken wir mal so. Angefangen hier mit diesen zwei gewinkelten Liftarmen. Um die wird drum herum gebaut. Die werden drangesetzt und dann nochmal hier mit Winkelliftarm, also so wie die hier, drinnen in Grau verbunden, aufgebaut und das Ganze immer befestigt. Kommt hier oben der Aufbau drauf, ist dann eigentlich dazwischen gesteckt und wird dann von außen immer jeweils von der anderen Seite verbunden. Relativ simpel. Danach kommen hier außen die zwei schrägen als Stoßstange. Und dann geht es auch schon an die Kotflüge. Auch wieder eine relativ simple Konstruktion. Hier diese gewinkelten Liftarme, vier Stück in der Mitte verbunden, drangesetzt. Nochmal kleine Leuchten dran. Bei den Leuchten oder bei diesen 1x1 Roundplates, die waren in der Tüte und sahen extrem milchig aus. Also die waren nicht wirklich schön. Im Bauschritt davor waren sechs in der Tüte, die ich gar nicht gebraucht habe. Die waren gut. Und das waren auch gleichzeitig halt mit den Teilen, wo sie was geändert haben. Ich gehe mal stark davon aus, die haben einfach nochmal sechs neue reingepackt, weil sie festgestellt haben, ja, milchig ist nicht so cool. Machen wir ein paar neue mit rein. Und ich habe die jetzt erstmal genommen. Ich hoffe, dass dann am Ende die Milchigen übrig bleiben. Werde ich euch dann aber erzählen. Ja, wie gesagt, Kotflügel hinten auf beiden Seiten dran. Und dann ging es auch schon weiter in die Mitte. Und da haben wir quasi den Unterbau für die Mulde gebaut. Da haben sie auch wieder eine Änderung drin. Dieses Verbindungsteil hier sollte ursprünglich anders gebaut sein. Entschuldigung. Da ist dann auch wieder das Problem, sie zeigen mit Aufklebern, wie es neu aussieht. Und später ist es immer noch alt, 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 alt. Da muss man ja ein bisschen aufpassen, dass man es richtig macht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich es richtig gemacht habe, so wie es jetzt hier ist. An sich, der Unterbau, ja, ihr seht, der ist recht einfach gestrickt. Liftarme, Liftarme hier zwischen verbunden, Achsen dazwischen. Das ist dann von außen nochmal verbunden. Zur Stabilisierung ist unten drunter ein Liftarm, der das Ganze nochmal in Position hält, dass es sich nicht irgendwie verwinden kann. Und so geht das dann nach vorne auch. Also relativ simpel. Das Ganze wird dann hier mit den Aktuatoren verbunden. Und dann sollte das Ganze eigentlich funktionieren. Wir probieren es mal einfach mal aus. Ich habe die Akkubox da. Und jetzt muss ich mal gucken, welches Kabel welches ist. Das ist, äh, das packen wir mal auf C. Dann ist das der Motor, den packen wir auf A. Und, nee, das ist der Motor, den packen wir auf A. Und die Lenkung packen wir gleich auf D. Dann können wir es gleich mal alles testen, ob es richtig funktioniert. Akkubox an, Fernbedienung an und es funktioniert nicht. Okay, Lenkung funktioniert. Achso, habe ich. Ach, das ist B. Okay, ja. Okay, fahren funktioniert auch. Beide Richtungen. Hakt nichts, kracht nichts. Ist gut. Und, ja. Kippmulde funktioniert auch. Läuft flüssig. Nichts knackst. Geht relativ zügig. Bin ich zufrieden mit. Ja, gut. Also, das funktioniert auch. Machen wir es mal gleich wieder alles aus. Ja, und das war dann der Bauschritt 4. Gut, dann baue ich jetzt mal weiter. Ja, es geht an die Karosserie. Angefangen hier mit der Front. Und, ja, der Aufbau ist recht simpel eigentlich. Das sind gelbe Liftarme und dahinter versetzt immer schwarze Liftarme, die jeweils hier so einen Winkel haben, wo man die gelben dann befestigen kann. Und so wird das dann Schicht für Schicht aufgebaut. An der Seite kommen diese Paneele dran. Ja, auch wieder vom Aufbau her. Hier über die Teile angefangen. Achsen, die nach oben gehen. Und dann wird das Ganze hier nur mit Pins befestigt. Ist stabil, hält die Position. Kein Problem. Dann geht es immer weiter nach oben. Hier kommen dann noch Scheibenwischer dran. Das sind diese Hose. Die müsste man theoretisch ein bisschen kürzen, damit es hier nicht so übersteht. Ich habe es jetzt erstmal noch so gelassen auf der Originallänge. Aber was mich ein bisschen stört, ist, dass die hier wirklich ziemlich wackelig sind. Oh, die sitzen hier nicht wirklich fest drinne. Und das Gelenk, das ist mir... Also man könnte es jetzt nicht einstellen und sagen, okay, hier, ich möchte das so in halber Wischerposition. Das wackelt ziemlich hin und her. Ja, und dann kommt noch hinten, sag mal, die Lifterarme dran, an denen es dann wahrscheinlich mit dem Chassis verbunden wird. Ja, also, soviel zu... Ach nee, eine Sache noch bei dem Gelb. Die gelben Stopper sind ein Tick heller als der Rest. Das passt eigentlich soweit alles. Aber das Gelb von Teilen, wo Pins durchgehen oder halt wo Achsen durchgehen, das ist nicht komplett blickdicht, finde ich. Also man sieht es jetzt hier in der Kamera eigentlich gar nicht so sehr. Beim Bauen ist es mir aufgefallen, man sieht an den Kanten, also abgesehen davon, ja klar, da ist eine Lücke, da sieht man was durch, aber es wird zur Kante hin, sieht man immer was, wenn was durchgeht, dass es ein bisschen dunkler ist, als ob so ein bisschen vom Pin durchscheint oder quasi dunkler wirkt. Aber das muss ich mir dann mal angucken, wenn draußen mal vielleicht irgendwann die Sonne scheint, ob das im Tageslicht auch so ist, beziehungsweise wenn es dann halt komplett fertig ist, ob das auffällt. Jetzt hier ist es mir halt wirklich, man ist ja beim Bauen doch nah dran, aufgefallen, dass das ein bisschen durchscheint, wenn da ein Pin dahinter steckt. Ja, gut. Also, soviel zu Abschnitt 5 und dann geht es jetzt wahrscheinlich mit der Kabine weiter in der 6. Ja, die steht dann jetzt fertig vor uns. Und, ja, ich muss das hier mal sonst, so wackelt das alles hin und her, kommen wir gleich zu. Geht dann weiter, die Türen werden gebaut. Da sieht man es jetzt übrigens, doch, ich glaube sogar an der Kamera ein bisschen. Hier geht eine Reihe Pins durch, hier gehen Pins durch. Da ist es immer ein bisschen dunkler, als der Rest. Also, farblich, ja, auch hier oben, das sind halbe Liftarme, die sind ein Tick heller als alles andere. Näh, ja, hat ein bisschen Geschmäckle. Also, farblich nicht ganz 100% getroffen. Und wie gesagt, hier, immer da, wo die Pins durchkommen, ist es am Rand ein Tick dunkler. Ich sag mal, auf die Entfernung fällt es nicht so auf. Aber gerade jetzt hier, wo es stark beleuchtet ist, sieht man es doch ziemlich eindeutig. Ja, aber vom Aufbau her, Liftarme halt alle ineinander gebaut. Dann hier die Konstruktion dran. Später kommt dann noch der Rahmen fürs Fenster. Ist auch stabil, also das zieht man nicht schnell auseinander. Spiegel, großer Seitenspiegel, ja, fast identisch auf der anderen Seite. Nur, dass wir hier nochmal einen Totenwinkelspiegel oben dran haben. Dann geht es innen weiter. Da haben wir ein Armaturenbrett. Es ist auch recht simpel gebaut. Wird dann hier mit Dreier oder mit Zweierpins, wo oben eine Achsaufnahme drin ist, draufgesteckt. Dementsprechend kommt dann auch hier richtig Halt rein, dass das nicht mehr hin und her geht. Ja, kleines Lenkrad ist nicht verbunden. Hätte man wahrscheinlich eigentlich Platz genug ist. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen Gestänge reinbauen können, um das zur Lenkung zu ziehen. Aber das haben sie jetzt nicht gemacht. Ja, ansonsten hier ein paar bunte Fliesen als Armaturen und das war's. Dann geht es weiter. Die Sitze kommen ran. Zweimal der gleiche. Kann man außer der Kopflehne nichts einstellen. Werden hier auf Dreipins befestigt. Also auch relativ stabil. Und dann kommt hinten hier die Rückwand. und oben jede Menge Teile, wo dann später das Dach draufkommt. Und das wird dann wahrscheinlich das Ganze auch zusammenhalten und hier verbinden. Darum wackelt das jetzt alles hier noch so hin und her. Aber so weit finde ich die zumindest optisch recht ansprechend. So vom Design her. Schade halt wirklich mit dem Gelb, dass das hier so ein bisschen fleckig aussieht durch die unterschiedlichen Gelbtöne. und da, wo die Pins durchgehen, ist halt ein bisschen dunkler. Gut. Dann gucken wir mal, was in der 7 passiert. Ja. Abschnitt 7 und der vorletzte Abschnitt damit ist auch fertig. Und die Fahrerkabine, wie ihr seht, ist dran. Ging dann weiter mit dem Dach hier oben. Ja, klappt manchmal um, dann seht ihr es besser. Paneele, Paneele, Paneele aneinander gebunden. Hier jede Menge 5er Liftarme, auch alle mit Pins immer ineinander verbunden. Dann wird das hier außen über Liftarme verbunden und hier an die Rückwand von der Kabine drangesetzt. Und unten drunter hängen ja noch die zwei losen Armteile, werden dann auch von unten dran befestigt. Hier seht ihr die zwei schwarzen Pins. Wird halt von unten einfach dran gedrückt. Das Ganze wird dann immer noch fixiert. Von vorne kommt eine Achse rein, auf beiden Seiten. Und von Seiten kommen hier diese Stücke dran. Da auch wieder leichte Schwankungen im Gelb zwischen normalen Liftarm und den halben Liftarm. Ja, ist schade. Aber es ist jetzt nicht so gravierend, dass man es wirklich auffällig sieht. Ja, dann kommt von oben ein bisschen Deko drauf hier. Ich denke mal, das würden die Hupen sein. Und zwei Warnleuchten. Da im Gegensatz zum, was war es, dem Radlader. Keine Einschlüsse oder sowas. Die sehen top aus. Und dann kommt von vorne nochmal eine Zierleiste dran. Gibt dem Ganzen auch nochmal Stabilität. Und ja, dann ist die Fahrerkabine soweit eigentlich fast fertig. Wird dann hier unten verbunden mit den Liftarmen. Dass man sie dann auf und zu klappen kann. Und die Akkubox kommt dran. Kabel. Das ist, ich klappe das hier erstmal hoch. Dann sehen wir es wieder besser. Wenn ihr den großen XL-Motor einsetzt. Wäre vielleicht günstiger, wenn ihr das Kabel nach unten rauslegt. Unten lang zieht. Und dann hier oben wieder hoch zieht. Dann habt ihr es leichter, das zu verlegen. So muss ich halt gucken. Dass genauso hier beim M-Motor. Wenn das Kabel hier drauf liegt. Dann liegt hier später die Wanne. Oder die Mulde nicht richtig auf. Da, also wie gesagt. Hier den XL-Motor. Ich würde es beim nächsten Mal. Oder wenn ihr es baut. Empfehlen. Packt das Kabel nach unten. Kann man es besser ziehen. Und beim M-Motor. Ja, nach unten wäre wahrscheinlich auch besser. Und dann einfach hier wieder hochziehen. Dann hat man es hier liegen. Und hat nicht das Problem, dass man das hier irgendwo langlegen soll. Ansonsten. Ja, Akkubox dran. Stecker dran. Gucken, dass es die richtigen Buchstaben. Also an den richtigen Kanälen ist. Und dann kann man das Ganze zuklappen. Und dann haben wir Bauschritt 7 auch fertig. Fehlt eigentlich nur noch die große Mulde. Das wird ein Spaß, wenn ich den Beutel gesehen habe. Nur Paneele. So ein Beutel voll. Und natürlich die ganzen Reifen. Ja. Und dann melde ich mich gleich zurück. Wenn er dann komplett fertig ist. Ja. Alle 8 Bauschritte sind fertig. Und wie ihr seht, es kam die große Mulde dazu. Und die Räder sind dran. Die Mulde ist an sich, ja, ziemlich wiederholend alles. Denn wir haben unten 3x große Paneele zusammengesteckt werden. Und die über Lüftarme verbunden sind. Und dann 6x das gleiche Seitenteil, was auch wieder über Lüftarme verbunden ist. Dementsprechend wiederholt sich das Ganze ziemlich oft. Darauf achten solltet da, wenn ihr den doch mal dreht, dass ihr immer guckt vorne und hinten. Die Abschlüsse sind natürlich unterschiedlich, weil wir hier eine Klappe dran haben. Dementsprechend passt da auf. Nicht, dass ihr es aus Versehen irgendwann mal falsch rumhaltet. Und da an die falsche Stelle Sachen dran baut. Das jetzt so als Tipp. Ansonsten lässt sich eigentlich ganz einfach bauen. Aber eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob die andere Paneele hatten bei der Planung. Oder ob das wirklich so gewollt ist. Jetzt habe ich die Seite dummerweise nicht offen. Genau, hier. Und zwar an der Stelle, wie gesagt, 6x. Das kam auch ganz am Anfang einmal vor. Da habe ich es aber vergessen zu erwähnen, weil ich mir dachte, ja okay, ist vielleicht einmal nur ein Druckfehler. Die Pins, so wie sie hier drin sind, rutschen nicht in die Pin-Aufnahmen am Panel, sondern genau dazwischen. Hier seht ihr ja, da ist eine Pin-Aufnahme. Da, da, da. Und ganz außen. Und die würden genau dazwischen in den Hohlraum rutschen. Das würde theoretisch funktionieren. Aber ihr hättet dann hier eine größere Lücke. Und es hält nicht so gut. Also setzt einfach diese blauen Pins jeweils immer eins nach innen. Oder weiter zusammen jeweils um eine Pin-Aufnahme. Dann rutscht das in die Pin-Aufnahmen der Panels um. Und es hält viel besser. Und es sieht besser aus. Ich weiß nicht, ob die beim Bauen andere Panels hatten, wo die Pin-Aufnahmen anders waren oder so. Oder warum die das gemacht haben. So funktioniert es theoretisch nicht. Also das wäre jetzt nicht wirklich baukonform. Darum, kleiner Tipp, setzt das weiter zusammen. Ja, dann kommen nur noch die Räder dran. Schön, das ist nett. Hier, Zwillingsbereifung. Also das sieht auch ordentlich nach, der kann was tragen aus. Was aber komisch ist, Entschuldigung, hier sind überall gelbe Radkappen drauf. Der hat erstmal auf dem Bild, ach so, ihr seht es gar nicht so so, auf dem Bild nur vorne eine Radkappe und die ist grau. Ja, gut, das ist Geschmackssache. Wie gesagt, die hinten kann man einfach weglassen. Dann würde es genauso aussehen wie auf dem Bild. Und vorne, ja, entweder gegen graue austauschen, wenn man die zu Hause hat. Oder weglassen. Das wäre jetzt so. Ja, ansonsten, theoretisch würden dann noch jede Menge Aufkleber drauf kommen. Das mache ich jetzt nicht, denn die Baustellenwochen sind, ich mache dann noch die Review in den nächsten Tagen. Und dann sind die Baustellenwochen vorbei und dann brauche ich wieder Platz. Jetzt, dementsprechend werden die drei Sachen dann alle zu Verkauf stehen. Aber da spreche ich dann in der Review nochmal drüber. Ist mir auch alles wieder viel zu viel beschriftet. Also ich sage mal, würde jetzt hier einmal Tycol oder Tigale oder wie sie sich auch immer heißen, TGL draufstehen. Okay, aber das ist mir alles hier mit Technik und Dumping Truck. Und das ist mir ein bisschen zu viel Beschriftung. Ja, von Teilen her bleibt doch ein paar Pins übrig. Die eine Achse ganz am Anfang. Und halt Sachen, die durch bei dem Motoranschluss, was ich gesagt habe, wo große Aufkleber drauf sind, was sie anders gebaut haben. Und hier seht ihr, ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Die Trans Orange 1x1 Plates. Ich hoffe, man sieht es. Finger hier mal ein bisschen. So. Das sind, ach nee, das ist. Haha, falsch erwischt. Insgesamt sind sechs Stück am Modell und es waren halt auch sechs extra, weil vier davon mächtig waren. Jetzt kann ich es euch richtig zeigen. Jetzt sieht man es nämlich auch viel besser. Wo ich hier komme. So, das ist die milchige und hier seht ihr, die ist wesentlich klarer. Also so muss es aussehen. Das hier ist fast schon einfach nur, ja, blickdicht. Das ist nicht schön. Die sehen gut aus und es sind genug Ersatz. Von daher alles okay. Dementsprechend, es hat kein Teil gefehlt. Das eine Teil ganz am Anfang unten drunter, das war halt der halbe Liftarm, der eins zu lang war. Macht aber keine Probleme. Also von daher ist es funktioniert. Man kann es komplett durchbauen. Ein blauer Dreierpin war ein Fehlguss, aber da waren halt auch ein paar Ersatz. Ja, drei Stück. Also es hat gereicht. Alles gut. So. Jetzt gucken wir mal noch kurz, wie das dann mit, ach so, mit der Mulde. Genau, wenn ihr die anbaut, das ist ein bisschen nervig, denn, klappen wir es mal an, das wird in sechs Pins, glaube ich, reingedrückt und jeglicher Pin oder alles, wo die Pins draufgedrückt werden, sind bewegliche Arme. Da müsst ihr halt wirklich gucken, dass ihr das richtig positioniert und die richtigen Pin-Aufnahmen habt. Nicht, dass dann am Ende die Mulde irgendwie ein bisschen versetzt ist. Jetzt gucken wir mal noch kurz, ob es richtig klappt und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Akku-Box an. Fernbedienung an. Ja, doch, bleibt im Bild. Funktioniert. Jetzt ist es am Schluss. Geht auch recht zügig, also da bin ich vollkommen zufrieden mit. Klappt mal wieder zu. Fahrrad wird zu. So. Und er fährt auch relativ fix. Das überrascht mich. Dafür, dass es nur ein XL-Motor ist, okay. Die haben Drehmoment, aber drehen halt relativ langsam eigentlich. Ich dachte, dass da mehr Verlust ist. Ja, und damit sind wir dann durch mit dem Aufbau. Dann hoffe ich, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da oder abonniert meinen Kanal. Dann verpasst ihr nicht, wenn die Review fertig ist. Und dann hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Krümel baut. Dann tschüss, schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Vielen Dank.